ich grüße euch so wir haben ja wieder ein kind noch gestern abend gemacht immer her vor 0 uhr also geht es 7 8 meine frau was wieder glücklicher ist ja genau tanz erst mal eine runde wunderbar sehr schön wie geht es unsere mutter und warum bist denn du Oh nein, wo ist denn das Brettstum? So, ähm, versorgen. Gut, jetzt geben wir hier ein bisschen was. So, jetzt, mehr gibst du mir nicht. Ist nicht schlimm. So, was ist jetzt hier? App. So, dankeschön. Jetzt brauche ich mit dir noch was. Für meine Frau. Dass die auch glücklich bleibt. Ja, nie. Nur bloß 3er. So, geht's. Dann haben wir noch einmal da. Ja, brauchen wir nicht. Dann jetzt. Geht's. So, dann. Nein, zur Fangstelle. Gut. So, wie sieht's denn hier aus? Ist da wieder jemand? Ist da wieder jemand? Bei Standschiff ist vor uns gerade was da. Oh, hat er sich wieder bestechen lassen. Ah, ja, ja. Die Madame wieder. Hast du diesmal ein bisschen mehr Geld mit? Ne, Ranger hat sie mit. Ne, Ranger hat sie mit. Sieht was aus, sie geben mir. Hm. Die Preise ändern sich nicht bei mir. Bleibe ich hartnäckig. Bei 8.000 war ich nämlich schon Verlust. Ich hab über 8.000 bezahlt. Für den. Dann auf Wiedersehen. Dann kannst du verschwinden. Für unter 8.000 Verkaufelständig. Kannste vergessen. So. Geht's zu meinen Töchterchen hier? Geht's gut. Gibt's gleich mal ein bisschen Geld her. Es sind 8. Warte. Ach, Geld hat man heute den König kaufen. So viel brauchen wir. Wie viel sind's denn überhaupt, die ich kriege? Bye, bye. So, man möchte finden, was Leute wieder weit unten sind. Hilfe. Wir gucken mal. Gut. Guten Morgen. Hallo. 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 Hallo, Frau. Guten Morgen. Nee, warte ich bis heute Abend, wo ich nochmal heim. Und dann wird mein Kind zum Kassierer, äh zum Dankordner gemacht. Guten Morgen. Da brauchen wir heute nochmal heim halt. Hier kommt eh noch. Ah, man hat's noch gesehen. So. Die sechste Stelle muss gleich erstmal hier hin. Fünfte mal. So. Das da haben wir die sechste auch schon mal stehen. Was machen die jetzt hier? Geld abheben. Bringt mir das was? Finanziell? Also nicht hier. Nicht hungrig. Ja, genau. Schön aufpassen hier. Und wie geht's mit meinem Garfield? Wenn ich nicht hungrig. Sehr schön. So muss das sein. Sieht's eigentlich mit dem Getränk hier mit dem Saft aus. Dann haben wir da schon wieder hier. Tonnenweise. Ach du Scheiße. Guck mal den ganzen Saft raus. Das ist auch nochmal drinnen. So nochmal drinnen. So, ein, 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 ein... Hier drüben. Mhm. Gut. Kannst du wieder die Giste wegnehmen? Danke. sobald er wieder welche hergestellt hat, können wir die 205 verkürzen, was bringt die uns? lohnt sich es wenigstens? 2.000 Euro, gut, so, jetzt gucken wir erstmal hier unsere alten Mauten an, wie es hier drin aussieht. 7, Abordnung, 11, 11, 11, 15, 13, 14, ja genau, 14. Schöne, was es hier alles gibt, sehr schön, ist bei uns an der anderen Stelle. Ah, hier die Outliner. Na geht's, so wie sieht's schon mal, ich kann mal das vorsicher machen, gucken. Dann rieche ich das mal nicht. Okay. Gut, da ist noch kein Überschuss. So, wie sieht's hier alles mit den 84 Minuten? Okay. Jetzt gucken wir mal hier oben beim Strom. Okay. Okay. So, wir dritten mal hier. Okay. Na, wo ist das mal, choose? Okay. 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 Okay, wir dritten. Okay, wir dritten. Okay. Na gut. Gut. Dann würde ich sagen, wollen wir uns die letzten Geld-Einheiten machen? Das müssen wir jetzt hinkriegen. Bündern. Okay. So. Genau. Das gucke ich hier nochmal durch. Aber ich würde sagen, das müssten wir eigentlich alles haben. Die Kassen kaufen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das Öl nicht mehr. Das haben wir. Das haben wir alles, das haben wir alles. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das, das, das. Das, das, das. Das, das, das. Das, das, das. Die Automaten kommen hier davor. Dafür habe ich hinten mein Casino. Die kommen hier vorne hin. Das haben wir. Die habe ich jetzt gerade bestellt. Das, das, das. Das, das, das. Die restlichen brauchen ich nicht. Die Bänke haben wir. Die Fühler sind schwachsinnig. Eine Leiter reicht mir. Es müssen hier fünf Leiter hochlaufen. Okay. Teppich haben wir. Betten haben wir alle. Das finde ich auch sinnlos. Eigentlich. Weil die halten sich eh nicht dran. Ich brauche keine drei Hunde hätten. So. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Was machen wir denn hier? Uns ausruhen. Ja, okay. Brauchen wir das hier hin. So. Da ist ein Automat. Das soll nicht, wo wir so abseits der Automat steht. So. Dann machen wir hier ein. Da sind wir drüben. Also. Mal aufpassen wir hier hinfort. Ein in die Glieder. So. Hier noch. Und so zwei. Und die zwei stehen hier. Genau. Passiv. Da sind sie richtig. So. Gut. Sehr schön. So. Wie sieht eigentlich unser Lager aus? Ja. Das ist noch voll. Das passt alles noch. Gut. Dann können wir ja jetzt eigentlich mal ein bisschen Geld sparen. Für unser Haus. Und für unser Auto vor allen Dingen. Das kostet nicht so ein Ferrari. Wenn dann schon ein ordentliches Auto haben. Also. Hier noch. 35.000. Brauche ich 65.000. Brauche ich jetzt. Oder wir nehmen Lamborghini. Ach ja. Dieser Arsch. Wir nehmen sie einen Lamborghini oder? Ja. Ja. Die sind die alle. Ja. Nissan. GTR. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Volkswagen Passals. 2003er. 2007. Oh ja. 2023er. In Baden. Und dann hier. En ganz neun. Neun. Ne moins. Logischerweise. Oh ja. In Baden. In Baden. In Baden. In Baden. In Baden. In Baden. Ein Hund. Ein Hund darf hier sein. Wenn man einen Kehner kauft, dann kauft ihn halt keiner. Ist mir auch egal. So, sagt unser Pando. Der Pando sagt schon mal wieder ein bisschen Geld. Dass wir schon mal wieder 10.000 Euro haben. Kommen wir uns das Auto doch schon fast bald leis. Okay. Das müsste hier der Lampocini sein. Genau, das ist der Lampocini. Ein bisschen höher. So. Okay, haben wir hier mal einen Ferrari. Das ist der Nissan GTR. Haben wir hier mal einen Ferrari hier. Der Ferrari. Ich bin ja eigentlich für den Lamborghini. Für den Lambo. Ich werde auch nur den Lambo nehmen. Nehmen den Lambo. Witz. Wir müssen dann auch noch ein Haufen Zeug für das Haus bestellen. Was kostet denn jetzt eigentlich das Haus komplett mal einrichten? Haus. Es gibt gar nicht so viele verschiedene Sachen. Ein Bett gibt es gar nicht. Ein bisschen. Das ist ja ein bisschen. Aber wir haben ja ein paar Wäsche hier. Da hätten sie mal ein bisschen mehr machen können. Ein bisschen verschiedenes Zeug. Das ist ein bisschen dünner. Das muss ich auch. Ein Herz. Und hier schon. Irgendwelche Schränke für die Küche gibt es logischerweise nicht. Ist logisch. Es ist ein bisschen dünn. Also da hätten wir ein bisschen mehr machen können. Hast du Geld mit? Ordentlich. Am liebsten wir haben hier 8,5 wenigstens. 7,4. Ich glaube das ist der höchste Preis bis jetzt überhaupt. Das selten von 9.000. Nicht? Okay. Das selten von 8.500. Oh nee. Gut, dann mein letztes Angebot, wo ich schon nie Minus mache, sind 8.000. Nee, dann nicht. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Dann geh ich woanders kaufen. Hier kriegst du keinen. 3 Sporter für 7.400. 1.400. Wie sieht es denn hier hinten aus? Hier liegt auch einiges rum. Der macht hier sein Ding. Das ist sehr schön. Oh, mein Trockenregal ist leer. Oh, mein Trockenregal ist leer. 5.000. 5.000. Oh ja. Es läuft doch. Okay. 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 Was macht ihr ihr zwei dort? Hallo? Hm. Hm. Ich hab's mit dem Auto hinfahren. Guck mal, das kommt. Was kommt denn? Das war der Lamborghini. Das war der Lamborghini. Ich hab's von 20, ne? Okay. Hm. N2000. Lamborgini. Sehr schön. N2000. Legen wir die mal zusammen. Ich hab's von 20. N2000. Hallo! Hallo! Wir können ja schon mal... ...dass wir den nicht wegnehmen. Ach, sagst du mir gleich nicht genug Geld? Ach, schnell! So gut, Junge. Ich hab's da aber gleich das Geld. Ach, schnell! Okay. Ist doch alles schön voll hier. Was machst du hier? Okay. Was sammelst du denn jetzt? Okay. Ach, da sammelt ein Strom! Okay. Hallo! Hallo! So, ein Strom war das nicht gar nicht genug und das macht der. Okay, in Ordnung. Dann, mach das weiter. Sollte ich mich also nur ums Wasser kümmern. Aber das macht er nicht. Sieht's nicht eigentlich aus. So, die können wir. Die können wir auch. Gut. Ich habe eine Zeit. Okay. 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 Ich brauche noch ein bisschen Geld für mein Kind, was ich aufwerten will. Ich weiß jetzt nicht, was das Tankwort kostet. Naja, okay. Nicht schlimm. 1.000 haben wir. Das ist alles schön voll. Das sieht doch alles einwandfrei aus. Die läuft die Tankstelle. Das ist eine Gold-Crew. Inzwischen. Irgendwie gibt es auch neue KI-Leute. Die habe ich... Gibt es ein Update? Das ist auch eine gute Kamera vor kurzem. Mir geht das nicht so lange her. Aber die habe ich noch nicht gesehen! Und jetzt auf den Kassen! Wie? Komm! Sie müssen dieseości geben! Ich meine ich, die zu müssen! Oh, da versteht was! Es entdeckt. Die ist neu. Also die gab es von 1 an 1 nur nicht. Dann setze ich erst mal kurz hin. Ja, du hast... Gründen. Ich muss aber mal ein bisschen beobachten, ob die das hier offentlich macht. Hallo. 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 Bye-bye. Jetzt müssen wir eine Stell haben für unsere Traorerie. Äh, für unsere Lampel. Gut. Gut. Hallo. Okay. 600, was kommt der? Ich würde sagen, ich gebe mir jetzt meinen Lamborghini kaufen. Tschüss. Kriegt er schon alle alleine. Kriegt er schon hin hier. Ja. 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 Wie geht's dir? Ja. 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 Ja, ja. 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 das ist der lamborghini älter ferrari das ist auch schon ein schönes ding 8000 ich hab den ja auch hier nicht wirft 8209 habe ich bezahlt ungefähr auch so gtr und volkswagen wir haben unseren lamborghini die nämische handeln sehr schön jetzt meiner flackert aber dann schön hier So, haben wir uns endlich mal... Achso, hier sind wir. Hier wollte ich nie hin. Hier wollte ich nie hin. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier sehen wir. Ja. Gut. Hier steht er gut. Hm? So. Sparen wir mal ein bisschen Geld. Hallo? Bisschen immer auf. Ne. Falsche Röste. So. Gut. Ich bin weg. Vor ihm. Und bloß noch mal mein Geld abholen. Wie sieht's denn hier aus. Okay. Macht er schön. Gut. Komm mal hin. Okay. Sit. Hello. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. 9 naja die geht es nur gut so soll ein Mann werden weil der soll an der Tankstelle an der Tankwart du bist du du bist das Mutter Jens so meine Frau noch glücklich machen oh da müssen wir ja schon wieder ein Kind machen egal machen wir ganz schnell ein Kind schon wieder vorder hier ist von hier rum das hier rumliegt das Bösten ist der Jens ähm Tankwart 5000 was haben wir denn können wir nicht irgendwas achten oh haben wir nicht das Geld na gut nicht schlimm wir schlafen jetzt erstmal so gut ich würde sagen ich werde das Video erst mal beenden und wir sehen uns dann im nächsten wieder bis dahin ciao